Unsere Kiwi braucht einen neuen Platz. Bisher stand sie an der östlichen Seite des Grundstücks, hatte dort aber keine geeignete Rangmöglichkeiten und wir haben uns überlegt, dass sie jedoch sehr gut an der Laube ranken könnte. Zusätzlich würde sie uns dabei auch gleich ein bisschen Sichtschutz geben. Klingt doch nicht verkehrt. Also erstmal wieder passende Balken ausgesucht. Die Kiwi bekommt jetzt einen neuen Kübel. Der Kübel wird selbst gemacht, wieder aus den bewährten Douglasien-Latten. Und ich habe jetzt hier alles zum sägen vorbereitet. Säglasie jetzt einmal auf Länge und dann wird es zusammen geschraubt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Alle Tage sind zugesägt. Jetzt gehts ans Zusammenschrauben. Bruder, ich räume vorher die Werkbank auf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die schwarzäugige Susanne muss jetzt dran glauben, dort werden wir nämlich die Kiwi hinpflanzen. Es ist schade, ich mag sie ungern wegmachen, aber es muss, das muss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. So sieht das neue Zuhause der Kiwi aus. Die linke Seite wird nächstes Jahr bestimmt fast voll gerankt und die rechte Seite hat zumindest angefangen. Hier unten ist ein ganz kleiner Trieb. Ja, ich freue mich schon. Und dann sollte es im Sommer, wenn wir unter der Veranda sitzen, sollte man von der Sonne nicht so geblendet werden am Abend. Das war es auch schon. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal.